Ja, hallo nochmals zum jetzigen GFD Live Trading TV aufgrund gegebenen Anlass ist, dass wir uns hier den Goldpreis und natürlich das Cable anschauen wollen. Fangen wir gleich mal mit dem Goldpreis selbst an. Hier bot sich sowohl im 15 Minuten Chartintervall als auch hier im 5 Minuten Chartintervall unlängst eine Shortmöglichkeit. Sie sehen hier die Strukturen des Rainbow, des Trendfolge-Tradings. Hier der M5 ganz klar negativ aufgefächert durch den gestrigen Sell-Off hier zur US-Session. Hier genau eingekreist, hier praktisch die US-Session, die praktisch den Verfall, der sich hier auch schon aufgrund der gestrigen Rainbow-Struktur andeutet, deutlich nach unten trieb. Gold fast 30 Dollar Tagesverlust. Dazu kommt auch in Kürze eine große Analyse hier zu Gold und Silber in Kürze hier, damit Sie das nochmal im Detail nachlesen können. Was denn hier noch zu erwarten ist für heute und deswegen auch hier, wir sehen es die Short-Orders im Markt, ist auch eine weiter fallende Tendenz zu präferieren. Hier im M15 ist aggressiver ein Trade gestartet, schon vor wenigen Minuten, vor dem Hintergrund eben, dass wir hier diese fallende Tendenz mitnehmen wollen. Im M15 auch in der letzten 15-Minuten-Kerze hier eine Möglichkeit eben wahrgenommen, um einzusteigen in den Trade. Faktisch aber Gold bislang nur knapp 4,50 Dollar gelaufen. Das ist deutlich unter Range. Sie sehen auch hier den Handel der Asia-Session. Bislang kommt hier nichts vom Fleck. Euro-Est oder auch aktuell gerade mal 38 Pips. Das ist sehr, sehr überschaubar. Es fehlt aktuell noch ein bisschen Schubkraft, aber hier Momentum bedingt stehen die Chancen wohl doch ganz gut, dass der Rainbow hier sich nach unten weiter entfalten dürfte und den Preis natürlich dann hier nach unten drückt. Kommt es nicht dazu. Sehen Sie hier die zwei verschiedenen Stop-Loss-Levels, die einerseits eben dann hier zum Ausstoppen des Trades führen. Für den Fall, dass der Goldpreis sich eben nicht nach unten orientiert im Sinne des Rainbows, im Sinne des negativen Momentums, das wir hier auch im M15 sehen. Dann muss man davon ausgehen, wenn wir hier nach oben drehen und es neue Hochs, neue Tageshochs gibt, dann eben auch hier diese Asia-Session nach oben aufgebrochen wird, dass dann natürlich hier weiter steigende Preise erfolgen könnten. Wir haben hier den Pivot-Punkt bei 1.215 Dollar. Das wäre ein mögliches Rücklauf-Level, um hier dann eben zu sagen, okay, von dort aus könnte es dann nochmal gen Süden gehen. Aber aktuell, wie gesagt, wird eine direkte Trendfortsetzung präferiert. Hier zunächst zu den gestrigen Tagestiefs. Jetzt kommt auch ein bisschen Schwung rein, in Anführungszeichen. Aber hier bis zu den gestrigen Tagestiefs sollte es gehen und dann sogar noch ein Stück weit runter. Die Take-Profits sind hier fixiert an einem festen R und zwar 3. Also hier praktisch diese Take-Profit-Ziele orientieren sich an dem dreifachen Risiko, was ursprünglich von dem Trade ausgeht. Aber vom aktuellen Niveau praktisch gesehen und der 4,50 Dollar Range, wenn wir das mal hier ans untere Tief der Tageskerze legen, dann kann der Goldpreis auch hier im großen Range-Schnitt von eben hier rund 18, 19, 20 Dollar auch hier durchaus noch die Niveaus von 1.193, 1.194 Dollar ansteuern. Das heißt, hier kann es auch noch deutlich tiefer gehen. Das gilt es natürlich dann im Trade-Management zu verwalten. Also wenn der Goldpreis jetzt wirklich nach unten sackt, hier auf dem Weg Teilgewinne mitnehmen und durchaus eine Position aufgrund der geringen Range durchlaufen lassen, um hier möglichst die eventuellen Tagestiefs mitzunehmen. Das gilt es eben mal abzuwarten, ob der Preis vom Gold überhaupt in diese Richtung fällt und ob er eben überhaupt einen so tiefen Rücksetzer macht. Das bleibt natürlich immer wieder abzuwarten. Das kann man nicht vorausahnen. Aber die Tendenz ist, wie gesagt, schon mal gegeben. Sieht auch jetzt aktuell ganz gut aus, da er sich eben jetzt nach unten orientiert. Kurz nochmal den M5 angeschaut. Hier die Asia-Range. Da ist sie, wenn wir hier ein neues Tagestief machen, unter 1.238 Dollar. Dann sieht das ganz gut aus. Dann sieht das wirklich gut aus. Ich will aber anmerken, dass ich zuvor einen Trade geschlossen habe von dem M5-Chart heraus. Den lege ich jetzt mal hier rein. Da ist er. Hier erfolgte vorhin im M5 der Entry. Dann gab es aber hier eine starke Gegenbewegungskerze und das war knapp 0,5 R minus, die ich hier schon hatte. Und da ist es hier uso in meinem täglichen Tagesgeschäft, dass ich hier praktisch den Trade dann auch gern beende bzw. einen Teilverkauf mache im Verlust, um das Risiko nochmal zu reduzieren. Also ich lasse mich ungern mit dem ganzen Risiko ausstoppen, als vielmehr eben mit der Hälfte. Und insofern hier kein Weinbruch. 50% des Trades rausgenommen. Natürlich kann man jetzt sagen, ärgerlich im Zuge dessen, dass es ja dann danach jetzt doch neue Tiefs gab. Aber wer weiß das schon. Im Prinzip, wenn ich hier einen Einstieg starte, dann soll es relativ zügig, gerade aus dem M5-Handel heraus, relativ zügig in die Gewinnzone laufen. Und wenn das nicht passiert, ja dann wird der Trade eben hier vorzeitig reduziert vom Risiko bzw. manchmal sogar vorzeitig direkt beendet. Das ist natürlich immer jeder seine Selbstentscheidung. Aber ich kann es nur empfehlen, hier das Risiko selbst im Griff zu haben. Jetzt laufen wir auch sogar schon auf die Tagestiefs zu. Sieht gut aus. Rainbow also völlig im Griff, die Lage hier also, wenn jetzt weiteres Momentum nach unten aufgebaut wird. Gerade wenn wir die Asia-Range nach unten aufbrechen, dann sieht das gut aus, dass wir das gestrige Tagestief und gegebenenfalls sogar noch tiefer laufen. Doch schauen wir jetzt mal auf das britische Fund. Was läuft hier ab? Ich hatte es vorhin beim DAX, bei der DAX-Beschau schon besprochen. Hier ein Ziellevel, das gestrige Tageshoch haben wir gebraked. Aber wir haben hier eben das Resistant-Level hier von den Kursbewegungen am Montag. Und da sehen wir hier dieses Widerstandslevel. Da trifft sich auch das Resistant-Level 3 anhand der Fibonacci-Pivo-Punkte nach oben projiziert sozusagen. Hier ist ein Widerstandslevel. Und wie es jetzt hier sehr, sehr deutlich auffällt, hat sich der Preis hier tatsächlich erst mal den Kopf am Montags hoch gestoßen. Und jetzt ist aufgrund der Range, wir haben hier 99 Pips, oder besser gesagt, ja doch, 99 Pips sind wir bislang gelaufen. Und die durchschnittliche Range ist im Prinzip hier zwischen 90 und 100 Pips. Also rein statistisch geht jetzt hier beim britischen Fund gegenüber dem US-Dollar nichts mehr. Also die Tagesrange ist ausgeschöpft. Und Rücksetzer hier an das gestrige Tageshoch könnten unter Umständen nochmal genutzt werden, um hier einen Move nach oben mitzunehmen, sofern sich das Währungspaar dann eben hier nochmal in Richtung der Tageshochs begibt. Aber aktuell, jetzt sind wir auch kurz vor der Mittagssession, bleibt mal abzuwarten, ob hier wirklich noch Drive aufkommt. Gehen wir natürlich hier über 1,54,45 rund, also definitiv über das Montagshoch und das Resistance Level 3 anhand des 5-Minuten-Shards, dann darf es auch durchaus noch ein Stück weiter gehen. Also dann muss man sehen, wo die Projektionsziele zu finden sind. Nebenfalle ganz interessant, was sich da gerade bietet, gerade beim Gold und beim britischen Fund jetzt. Ansonsten der FX-Markt aus meiner Sicht aktuell heute relativ langweilig. Die Range ist, wie gesagt, erschöpft Euro-S-Dollar immer noch 38 Pips nur unterwegs. Das ist dürftig, aber insofern wollen wir mal abwarten, was der Nachmittag noch bietet. Zum Abschluss, weil es eben Live-Trades gerade waren, im Video hier der Risikohinweis, das ist keine Empfehlung, alles hier blindlings nachzuhandeln. Das sind reine Marketinginformationen von meiner eigenen Handlungsweise. Das ist keine Handelsempfehlung, keine Anlageempfehlung. Sie sind natürlich selbst dafür verantwortlich, hier Ihr Risiko zu übernehmen. Insofern auch das Trade-Management und auch Ein- und Ausstieg natürlich selbst zu verwalten. Hier geht es einfach nur darum, Ihnen mal den Weg zu zeigen, wie man hier den Markt auch covern, analysieren und natürlich auch traden kann. In diesem Zusammenhang sage ich danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wir wünschen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, schreiben Sie im Stream noch irgendwas an Wünschen oder Ideen in unserem JFD-Desktop. Da können wir natürlich interaktiv agieren. Und bis dahin, beziehungsweise bis zu einem möglichen Nachmittagsvideo, wenn die US-Session beginnt, dann sage ich jetzt aus Normalzeit an alle Zuschauer und wünsche noch einen schönen Rest. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer. Bis dahin, Ihr Christian Kemmerer.